Ich muss noch meinen Toast holen, bis gleich. So, erstmal schön während dem Ranking ein Nutella-Toast schmieren. So ist das hier. So muss das sein. Ah, truff mit dem Zeug hier. Yummy Kaku. Ja Leute, ich esse auch manchmal während Granks. Eine kleine Stärkung muss ja sein, ne? Ja. Ihr habt einen AP-Tründer, oder? Keine Ahnung, ich glaube kaum. AP-Tründer ist nicht mehr available. Nee? Nee. Dann habt ihr aber keinen AP. Doch doch, Sajani. Die geht natürlich auch voll AP. Natürlich. Wer braucht schon den? Luchs, Luchs, Luchs. Loxi, Puxi, Puxi, Pux, Luchs. War es eine scheiß Idee, aber es okay. Ha, hat sich voll gereimt. Was war es eine scheiß Idee, aber okay. Ich habe wieder vergessen, was du gesagt hast. So ganz kurz und zack wieder weg. Okay. um um let's um 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 oop um 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 Die Angelegenheiten sind nichts für mich. Minions haben späumt. Don't cross me. Ich weiß nicht, dass der Lux mal eben sagen muss, was ich noch esse. Ja, ich schreibe sie mal gleich, ne? Nose! Der hat den super tollen Skin, den du so magst. Ein Cheater-Skin meinst du? Entschuldigung, was ist echt ein Skin, ein Cheater-Skin. Oh, wie die in meiner rausbörstet. Okay, die hat auch 3 in meiner Trink, aber trotzdem. Also, Nuno muss Platin nehmen. Wer ist Platin? Nein. Der nur die Rahm essen. Ja, Nuno hat Platin, Lux, Silber, die haben alle Gold. Okay. Oh, ein Cheater. Sie hat sich geblasen. Sie hat sich geblasen. Gut. Es schafft mir einen Klitzetap-Vorteil hier auf der Lane. In kleinen Ruhe weiter essen. Kannst du kein Toastbrot mit einem Bissen mit kauen? Komm, du hast Toastbrot auch mal. Let's finish this quickly. Äh, die Jungle-Nunos carryen zurzeit alle Games. Das ist total witzlos. Nuno-Jungle ist auch scheiße, ey. Du hast einen fetten Slau. Der kommt eigentlich gut durch den Jungle. Scheiße, schnell. Ich werde nie kompromisieren. Es gibt keinem, wo zu schlafen. Ich werde nicht essen. Jetzt kann ich anstrengend spielen. Ich werde nicht den Jungle. Deine Grenzen bedeutet nichts für mich. Auf der Drazer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Talon, what the fuck? Yeah. Okay. Okay. Ich muss gucken, wie ich jetzt bilde. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss absolut aufpassen, wie ich jetzt bilde. Oh, wow. Wow. Wie in einem ist ja. Wow, Nunu ist ja echt dämlich. Ich meinst, weil er sich noch von mir töten lässt? Ja. Ja. War nicht von ihm, ne? Ich würde auch. Ja. 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 Hm. Ja. 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 das war gerade nicht gut er war wirklich doof von mir eigentlich hätte lulu sterben sollen eigentlich der luchs nicht kommen sollen dann wird das auch nicht das problem gewesen so das zum thema let's finish this quickly okay Das war meine Lanterne. Ich brauche nur ein bisschen mehr Farben. Ähm... Sie sieht mir drin aus. Guck mal drin, farm die aus, ist gut! Ja, Tiermann. Um... Ey du Saggele, wo warst du hingewiesen? Ich hab meinen Untergang besiedelt mit GTA San Andreas aufnehmen Warum? Weil nur weg war es Und warum denn Untergang besiedelt? Weil es GTA San Andreas ist Also langweilig, sorry Wie die Hauptmissionen so langweilig Heißt das Wort echt besiedelt? Ja Besiedelt Ich hab besiedelt gesagt Besiedelt Gibt's das Wort besiedelt überhaupt? Ja Hm 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 Ich bin total und nicht eigentlich nur gegen Kasadin Hm Hm Ja Ich muss den halt irgendwie mal geschafft bekommen irgendwie Ach Don't cross me Und ich bin Anivia mal schön Anivia? Anivia? Ha 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 Guck dir mein Weins nah man Oh no Oh no Ha 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 Wow ich bin stark Guck Ha 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 Das hört sich wie ein Klecks Kartoffelsalat Ja Klecks Kartoffelsalat Du bist ja gefiedet, lol Ja Ja Ich bin ja auch ok Ich bin ja auch ok Es sollte aber das nicht sein Alter der Liese echt schlecht Höh Uff Du hast einen Tiamat Hahaha Gitt mit dem Fall umm Elf nur farm No... Und hält 12 Und farmt schwer Und lass ihn noch Also hier Ja aber Schallschädig ich bin ich bin die Luxus-Hoppen das Ziel ist die Schließung denn nun scheint auch aber wird er der nur ehemalten hat und alle geordnen was ist alle bis auf die Bordelein eben betrifft er hat alle geohnt der hier schweigt machte mir gar nichts Normalerweise sind... ...ist Gangle nur voll strong. Ja. Aber wundert mich, dass er 1-3 hat, deswegen... ...2-3 supports. Mein Gott, Lee, wenn du ihn jetzt nicht tötest... ...dacht war... ...drin hast du auch ein bisschen behindert, ne? Ja. Warum, was macht der? Ja, er macht seine Ulti und so... ...forced Lee fall back. Lee hat ungefähr noch... ...150 Leben drunter, noch 50. Kommt nur mal wieder, um Creeps zu farmen. Hm. Lee macht einen Coup, drunter stirbt. Hm. Ähm, Endeffekt wird... ...drunter... ...zum Schluss OP. Aber ihr habt keine AP. So, Johnny. Macht ihr echt AP Schaden? Hä? Hä, Johnny ist nur AP Schaden? Und... ...auto-Attacks, ähm. Aber die ist ja Tanky, das meine ich, damit. Ja, irgendwie sieht das... ...Schwein auf dem sie reitet ja schon irgendwie gruselig aus. Wenn man mal da ranzoomt. Ist doch die, Mann. Kennst du die? Ne, Pumba. Hahaha. Jetzt habe ich sie verwechselt. Ja, das ist voll die scharfen Szene. Ja, muss ja irgendwie Fleisch essen, ne? Voll die dünnen Beinchen. Winterbeinchen. Ah, die führen um Gold. Break halt. Ja. Hm. Tauer. Winterbeinchen. Ja. Im Moment. Kao. Jochen. Ja. 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 Wenn du das mal was schade. Hm? Wäre der Lee gut, hätten die echt ne Chance. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich das wirklich gewinne, weil es gibt nicht mehr viele Jams gegen die Dings-Vail über das. Nee, Leute. Das ist ein OP-Ulti. Ich fahr mal einen Buf. Das ist doch gegen die meisten AP-Jams, oder? Nee, nur gegen Kassel und Lux. Mit dem anderen kannst du ja nicht spielen. Brand? Seitdem Nerd. Ja, wer spielt? Wer pickt Brand? Du? Ich hab Brand gewonnen. Saira? Vega. Saira auch nicht. Da wirst du aber gewohnt. Nein. Doch, 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 doch. Saira ist doch squishy, die killst du doch einfach instant. Nee, nee. Wenn die vielleicht mit, aber wenn sie gut ist und die Pflanzen auf sich selbst finanziert. Das ist die Lulu, Alter. Geht top, um ein paar Autotecks auf drunter zu machen, der keinen Schaden nimmt. Der ist eh wieder voll heil. Ja. Ah, die Lux ist auch schlecht. Also, es ist nicht nur so, dass sie, dass ich ein Counter zu Lux bin an sich, sondern sie ist auch einfach schlecht. Oh mein Gott! Wayne steht da so, farmt, bewegt sich kein Stück. Lee steht im Gewirsch, wartet, wartet, wartet. Trash kommt, er macht seinen Kuh und verfehlt. Ähm. Ja, mein lieber Tron, ne? Das könnte jetzt etwas schmerzhaft für dich haben. Hydra. Was macht der Lee denn da? Äh. Okay. Ich meine, es war ja klar, dass Lee schlecht ist, der Tydra angefangen. Oh mein Gott. Und drunter gepusht. Heuchel. Ja, hast du das, ich meine. Na, drunter pusht auch nur, weil er war eben schon mal im Teamfight nicht dabei. Ja. Aber ist auch in Ordnung. Es ist, manchmal ist es gar nicht mehr so schnell. Wenn er die Lane durchgepusht hat und in den Teamfight kommt, dann hat er so viel farm, da fickt er alles. Hm. Ja, drunter muss einfach raus drauf. Ja, alter, wie viel farm hat der, der ist echt, echt nicht schlecht farmt. Ja, wenn du mit Lee gegen Tröner deinen Lehn verlierst, dann bist du echt grausam. Schlecht. Oh. Was? Warum? Ähm. Ulti. 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 Neu. Neu. Die kann springt trotz allem. Ja, der wäre nicht weggekommen. Glee hätte auch noch ein Flasch gehabt. Neu. 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 Ulti hat er eh kaum abklinkt. Neu. 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 Wer kauft sich Hydra? Kaum einer. Fiora vielleicht? Äh, Sivana. Ja, Sivana, okay. Wenn ich mir das eigentlich ganz gerne habe. Denn dann würde ich es mir als letzter Item holen, wenn ich so was spielen würde, was ich gebrauchen kann. Aber da ich eigentlich nur Reign spiele. Mit Chen kannst du das auch holen. Mit wem? Mit Chen. Das ist gar nicht behindert mit Chen, weil du ja Split pusht. Und dadurch einfach den übelsten Wave Key hast. Der Li ist so behindert, Alter. Als du ihn gerade getötet hast, hast du das gesehen? Wie er gefeitet hat gegen Li, äh, Tunda. Was? Entschuldigung, ich kann gerade nicht, äh, wenn es gefeitet wäre, wie wo? Ja, du hast doch gerade Li getötet. Vor drei Minuten. Joa, kann sein. Hast du, während er mit Trunda gefightet hat, das gesehen? Äh, war es, dass Trunda da einfach weggegangen ist, weggekommen ist, oder was? Ja, Trunda macht so Ulti an, Li hat halbes Leben, Lulu Ulti und läuft weg vor Trunda. Du hast ihn zu töten. Du hast ihn zu töten. Tja. Du hast ihn kurz hinterher. Ich muss es nutzen. Ihr Team hat einen Turent verbrochen. Ich will nie kompromissieren. Report Lee for negative attitude and Lux for flame and Tristana for racism Okay, what the fuck is in der Rassismus? Nunu und hat... Nunu... Hab's geschrieben Tristana Hä? Achso, ne Tristana hat das mit Lee und Lux und dann hat Lee Sin geschrieben und Tristana für Rassismus Was? Telly, Alter Only fools pledge life to honor An enemy has been slain Quiet Ha 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 Up we go Auf we go Süß Kutsch auf K Jo Fuck, du glaubst doch nicht, dass du mich totkriegst Von dir lass ich mich nicht töten Sorry Aber von dir lass ich mich nicht töten Egal wie low ich bin Ich nehm an, ich brauch nicht mehr zum Geschehen hinzulaufen Das dürfte ich mich eigentlich auch so hinkriegen Not Non Der Ton Ha 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 Na gut That's Vodora über GG Wenn mein Team dann den Nexus angreifen würde Was wir nicht tun Dann mach ich das eben Und zack Duty well played Talon ranked done Auch mal endlich